Ja, gib mir Essen. Deswegen hab ich dich in die Welt geholt. Für Essen. Mehr kann ich dir grad nicht geben, weil... Ich hab jetzt noch für mich 8 Stück und... Oh, da ist ein Ei. Das ist gut. Sehr. So, ich brauch Zäune. Ja, ich hab 45 noch übrig. Ja, ich mach mal selber Zäune, weil du brauchst ja auch genug. Nö, ich hab erstmal... Ich muss erstmal jetzt gucken... Ja, dann gib mir die erstmal bitte. Ja, die liegen da. Oh, scheiße, hab ich das Essen da reingelegt. Danke. Alles andere ist drin, bitte. Ich mach mal was dazu. Ich gucke mal, ob ich in der Umgebung irgendwas finde. Was willst du finden? Na, irgendwas anderes aus der Weizen. Achso, okay. Ich hab ja ne Karte mit. Das ist schön. Ich hab ein Endermann gehört. Endermann, Endermann. Das ist was ever Endermann. Kannst du schwingen? Von der Weizen? Nein, er kann nicht. Er ist Endermann. Schau auf. Ja, Claudia. Deine Dinge. Genau. Ah, okay. Unter uns ist ein... Jetzt weiß ich, warum mir ein... ne Fakir steht. Unter mir ist eine Höhle. Hm. Eine Höhle. Ich wär aber eigentlich schon ein Dorf. Ein Dorf. Na, Fabian hatte schon mal... ... ne einzelne... ... irgendwas gefunden. Da war ja klar, dass das so was findet. Der findet alles. Das wird sich schon wieder... ... Aufnahme gedrückt? Ja. Scheiße, Mann. Ha, das kriegst du nicht mehr mit? Aua! Aua! Also dieser Enderman geht mal grad ein bisschen... Hauen vor den Sack. Haben Endermänner einen Sack? Fragen die die Welt bedeuten. Hat Enderman einen Sack? Wer weiß es? Der Enderman weiß es. Naja, wie ist denn das? Enderman knows. Wie tun sich denn Endermans Vorpflanzen? Durchrufst du lieber. Hm. Interessant. Oha. Das sind Weisheiten produziert von mir. Danke. Autocam gibt's später. Okay. Ich frag mich, warum ich nicht rennen kann. Und jetzt? Nein, ich bin nicht grad fast gestorben. Das sah nur so aus. Alter. Ich hätt's ja eh gehört. Oder bisschen seltsig gelesen. Gelesen. Ja, ich hab nicht aufgepasst. Ich baue mich hier grad mit Erde ein bisschen rum. Uuuuh. Du hast auch fast gestorben. Hier geht's bergab. Ach nee, hier geht's ja bergab. Ich habe so langsam den Verdacht da, dass er hier eine sehr hügelhafte Landschaft ist. Dass wenn dann, wenn hier dann überhaupt ein Dorf irgendwo existieren sollte. Dass ein Hügeldorf ist und die haben wahrscheinlich auch nur Weizen. Was ist das? Let's try it out. Try, try, try. Aber ich tu doch schon. So. Ja, zumindest ein Haus. Mit einem Bett drin. Herzlichen Glückwunsch. Das ist wie Toni seine Hütte. Ja. Also dieser Endermann geht mir so um den Sack. Na gut, wenn das Toni seine Hütte ist, bin ich hier falsch. So, ich hole mir mal ein bisschen Wolle. Wolltski. Davon gibt's ja genug. Deswegen müssen wir eigentlich jetzt erste Schafe fortpflanzen und in Sicherheit bringen, damit die nicht hier die ganze Zeit aufgefressen werden. Ja, und doch neu gibt's warm. Ja, aber damit wir ordentliche Schafform haben. Ja, ist doch in Ordnung. Darf ich erst mal mich ums Essen kümmern? Ja, darfst du. Du hast mal gesagt. Weil die bringst du mir auch Essen, aber du kannst ja nicht jeden Tag irgendwelche Tiere töten. Eben. Weil dann haben wir bald gerne mehr, weil so schnell tun die sich auch, die kleinen Dinger auch nicht groß warm. Eben. So. Manche stellen sich das einfach so einfach vor, das Leben als Minecrafter. Aber es ist ein schwerer und horter Weg. Dieser Weg. Oh Gott. Ich bin im Dschungelbio. Cool. Also neben mir. Neben mir ist ein Dschungelbio. Geh mal rein und guck, ob du Kakao findest. Ne, das ist Sumpf. Wie Sumpf? Sumpf. Also du hast Sumpf gefunden. Ich weiß es nicht. Ja. So ähnlich. Ich bin mir grad sehr unschlüssig, was es ist. Ich habe auf jeden Fall Zuckerrohr gefunden. Ja, ich glaube das hier ist ein Dschungel. Nein. Ich habe noch keinen Geflogen gefunden. Das ist nicht schlimm. Nein, das ist doch kein Dschungelbio. in mein Mittelding, was ich nicht ausgehöhlt habe von Holz. Nein. Ich muss sie öffnen, als ob der nicht die Teufel in unserem Arsch wegklaut. Ja, der ist jetzt drinnen definitiv. Doch, ich glaube ich bin im Dschungel. Hier sind Pilze. Ja, 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 ja. Zuckerrohr. Ich habe zwei Pilze gefunden. Sehr schön. Oh, 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 oh. Achso, nein. Vater Morgana. Eine Vater Morgana. Ich glaube jetzt gehe ich in die Wüste. Mhm. Mach das. Das ist eine Münze für Sand. Mhm. Er hat Sand gefunden. Revolutionär. Leck mich. So. Geht aus. Kann man das so machen. Das ist halt eine kleinere Bums. Der hat mein Erdblock geklaut. Pisch dich, sag ich dir, Alter. Klaus, wir haben meine Erdschlöcke oder was? Eiskalt. Eiskalt. Eiskalt läuft es herunter an deinem Nacken, über die Schulter. Wenn der Tropfen auf dem Boden einkommt, wickelt die Angst dich an wie ein Bandwurm. Nein. Geht es nicht oder was? Ich nicht. Bestimmt. Äh, das war jetzt gerade. Schon wieder mein Tod. Ne, ich glaube der war's nicht. Knapp. Knapp den Tod innen drin. Okay. Ich bring grad mir etwas unschlechtlich was hier ist. Ich glaube ich muss. Er hat den Sandstein hingebaut in einer sehr akkuraten Reihe. Hm? Entweder war ich schon mal jemand? Das geht zweifig. Ja, hier sieht's. Er sieht aber leicht abgebaut aus. Hier geht eine Höna rein. Nein. Ohhhh. Halbes Herz. Ja, hier war schon mal jemand drin. Halbes Herz. Ja, hier war schon mal jemand drin. Hier war schon mal jemand drin. Das ist schön. Das ist schön. Alter, ich hab's grad noch so geschafft aufs Dach zu landen, sonst wäre ich jetzt tot. Ich bin aber auch gut im Bauen. Und im Sterben. So. 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 Was war das? So. Und so. Und so. Und jetzt. What the fuck? Was denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ja auch komische Dinge über mein Headset. Mich? Nein. Ich glaub ich werde auch schon mit trinken. Oder du solltest anfangen mit mehr trinken. Ja, das könnte doch auch eine Möglichkeit sein. So, jetzt muss ich mal überprüfen. Warum ist denn hier, Gottverdammt noch mal, gehen scheiß. Wir sind tausende von Bäumen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aber kein Dorf. Willst du mich rollen? Ich weiß es nicht. Na, meine, meine Mühle nimmt auf jeden Fall Gestalter, aber ich brauch mehr, mehr Wolle. Hier ist ein Pilzbaum. Das ist schön. Bring mit. Bring mit. Wenn du ne Pilzkuh finden würdest, das wär mächtig. Ja, hab ich auch nicht. Streng dich doch mal ein bisschen an. Hm. Nichts nutzt. Meine Fresse. Ich kann den Pilzbaum nicht mitbringen. Schade. Ich hab keine Holzhacke dabei. Hm. Ist mir aber erst aufgefallen, nachdem ich ihn jetzt schon halt verstorben hab. So, jetzt guck ich hier mal rein. Zu den Endermann. Da ist er. Der hat einen Erdblock in der Hand. Powerbonga. Ich hab nen Ender Pearl. Mieser. 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 Basta. Ender Pearl. Ich mach hier drin jetzt erstmal Licht. Skelett. 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 Habe ich immer. Das ist sehr schön. Ich muss so schnell wie möglich dort finden, weil ich viel zu weit von dir weg bin. Oh, jetzt auch ich bin durchsiebt mit Pfeilen. Ach, hier oben ist ja auch noch ne. Oh, jetzt hab ich mich verschrocken, weil du so laut geschrien hast. Sorry. Mein Schwert ist gleich kaputt. Mein Eisens stört. Was wir sehen? Regel Nummer 1 bei Minecraft, wenn Monster angeschaltet sind. Oh, hier ein Schwert. Was mach ich natürlich? Kein Schwert. Ich lege alles ab, außer Essen. Und laufe los. Hallo Roy in der Aufnahme. Ähm, was wollte ich denn machen? Ein Schwert, ja. Danke. Ich muss ein scheiß Dorf finden. Mach das. Wie zur Hölle kann das sein, dass auf dieser verfickten Karte kein Dorf ist? Es wird schon noch irgendwo sein. Der auf den nächsten drei Karten oder fünf Karten. So. Oh. Ich brauch mehr. Mehr Wolle. Hallo Mensch in der Aufnahme. Was? Hallo liebe Fans, darf ich vorstellen. Das ist der ominöse Roy, über den wir vorhin schon mal geredet haben. Der wird den persönlichen Thomas Müller-Roment. Was? Nein, ich nehme auf für YouTube. Wir bereiten vor. Cool, mein. Der persönliche Thomas Müller-Roment. Ja, darüber haben wir heute auch schon geredet. Guck mal her. Ich hab jetzt goldene Flies mit dir gemacht. Guck mal Papa, das ist aus Kumpel. Ja, mit solchen Menschen hab ich ihren ganzen Tag zu tun, es tut mir leid. Hä? Komm her! Nein, Creeper! Geh weg! Geh weg! Oh, noch Creeper! Was machen die ganzen Creeper hier? Hilfe! Ha! Ha! Hu! Ha! Hi! Also, wir rennen grad nur Amado. Wenn du eingestellt hast, dass du deine Stimme überträgst, dann ja. Wie geht denn das? Partyeinstellung. Ja, und dann Stimme irgendwie zulassen und dann immer. Ja, dann hören sie dich nicht, dann spreche ich quasi grade mit jemandem, den die Leute nicht hören. Auch nicht schlecht. Also, ihr habt treu nicht gehört. Nope. Wow. Such impressive, wow. Ich geh jetzt mal auf aktuell für aktuelle Porten zulassen. Ja. Kannste gerne, das wäre nicht so nett. Mach gleich ne Spruch, dann machst du auch noch. Das? Bronzer! Ess-A raus, nimmst hier Bronzer! Wow! ÄH! 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 Hi! Hehe! Ehe, ich hab' gerade Kizana von Alter gezogen. Ja! Ja! Jörger, Jörgesson. Jörgesson. Jörgesson? Was war das denn jetzt dein persönlicher Thomas Müller Moment?